Challenge Me, das Format, bei dem ihr mir Challenges und Bestrafungen schickt. Sollte ich bei einer Challenge versagen, werde ich bestraft. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Challenge Me. Wir wollen mal heute gar nicht groß um den heißen Brei rumreden und sofort damit anfangen, was wir denn heute für eine Challenge machen wollen. Also die Challenge, die wir machen... Äh, ja, ja. Also, die Challenge, die wir machen wollen, ist nämlich die... Mensch, was denn? Äh, nein, da musst du was verwechseln. So, die Chall... Was? Nein, 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 nein. Nein, nein, doch. Ja, du hast recht. Ich weiß, ich muss noch eigentlich diese scheiß Bestrafung machen. Okay, ihr habt alle drauf gewartet. Hier ist es. Ich hoffe, dass euch die Ohren abfallen. Bis dann. Ich will der Allerbeste sein. Ich will keiner vor mir wahr. Ganz allein fang ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land. Ich suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen. Was gibt dieser Macht verleiht? Pokémon! Komm, schnapp sie! Nur ich und du. In allem, was ich auch tue. Pokémon! Oh, mein bester Freund. Komm, retten wir die Welt. Pokémon! Komm, schnapp sie! Dein Herz ist gut. Wir vertrauen auf unseren Hut. Ich lern von dir und du von mir. Pokémon! Komm, schnapp sie dir! Komm, schnapp sie dir! Pokémon! Die letzte noch mal angucken. Oder vielleicht kennt ihr sie auch noch gar nicht. Und dann wäre es ja zumindest mal interessant zu wissen, wie es überhaupt zu diesem Desaster, was ihr eben gesehen, gehört, wie auch immer habt, gekommen ist. Und ja, das könnte ich euch noch empfehlen. Ansonsten hier oder da. Irgendwo könnt ihr auch abonnieren. Ihr werdet den Button schon finden. Das ist so ein großer, roter Button, wo Abonnieren draufsteht. Ich glaube, der ist nicht zu verfehlen. Einfach mal raufklicken, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und dann werdet ihr vielleicht weitere Songs... Moment, ich muss irgendwas sagen, was ihr überzeugen soll, zu abonnieren. Ähm... Also richtig fällt mir eigentlich kein Grund ein, abonniert einfach, ne? Bis dann. Tschüss!